Also mein Motor ist, Dinge sind nicht von oben her gegeben, sondern Dinge kann man gestalten. Wir haben 1994 zum Beispiel geschafft, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland geändert wurde. Denn damals war kein Diskriminierungsschutz für behinderte Menschen drin. Seit 1994 heißt es dort, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Ja, ich rege mich natürlich auf, wenn dieser Satz einfach nicht angehängt wird. Und das ist hier schon seit vielen Jahren dran. Und da sage ich, naja, gilt unser Grundgesetz für behinderte Menschen nicht. Ist es nicht nötig, das zu ergänzen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017